neue woche gestern habe ich noch diese geister geschichten kompletiert das ist jetzt alles erledigt aber ich habe noch die welt im simulator und da gibt es auch doppelt da wenn ich mich heute mal drauf konzentrieren 20 gegner mit einem der neuen stiftung einmal golden da können wir immer das Geld können wir immer gebrauchen das das erinnern ich bin noch ein unterstützungsgegur jetzt habe ich 24 5 gekriegt für was keine ahnung war ein kampf oder ein halb hm sonst so damit es ein bisschen schneller geht hier irgendwann wird es was muss ich jetzt wieder Geld ne aber da hatte ich schon einen abgeschlossen deswegen ich muss natürlich die Option wieder rausnehmen hier war nämlich die ganze Zeit irgendwas hast du da vergessen und zwar dass das hier wieder Auto ist damit das noch schneller geht ich will da ja nicht ewig warten also nochmal rein hier 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 immer zerstörung genommen ist ja gar nicht so gut doch doch das ist gut das kommt halbwegs anständig oft und schaden zu und man ist dann nicht ewig und 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 Der hilft, es heilt die göttliche Kraft! Hier! You can't run! Watch this awesome movie! Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Disappear among the sea of butterflies. Lots of nuts. Das war's. War cleansing dragon. Break. Man's power! Kaution Das war's! War-Cleansing-Dragon! Disappear among the Sea of Butterflies! Illusions of the past! Bryce! Try that again! Inevitable! You can't run! Try that again! War-Cleansing-Dragon! You can't run! And... Power! Disappear among the Sea of Butterflies! Illusions of the past! Break! I can't do it! I can't do it! Try that again! Watch this awesome move! It's broken! You can't run! I can't do it! I can't do it! I can't do it! War-Cleansing-Dragon! Who's next? Disappear among the Sea of Butterflies! Illusions of the past! Inevitable! Try that again! And... Power! I can't do it! I can't do it! Only a spray! I can't do it! I can't do it! I can't do it! What? What? Hmph! Try that again! I can't do it! You're fine! Watch this awesome move! Rise! World-Cleansing Dragon! And... Power! T- T- Das war's für heute. 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 Illusions of the past. You can't run! Inevitable. Try that again. Watch this awesome move! And... Power! Break! 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 Bryce! Third! Hm. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Break. You! You can't run! Rise! You can't run! Was this begegnung? Die rosa rote nee die rosaste kollision Erhöht bei kampfeintritt für jeden segen eines anderen fahdes in deinem besitz den bruch effekt aller verbündeten um 20 prozent Scheint irgendwie neu zu sein ist das glas 87 seid ihr denn doof ja wie ich glaube der boss ist sogar 90 da muss ich mal gucken ob ich da nicht irgendwas im rucksack habe das darf man jetzt auch benutzen was mir da vielleicht ein bisschen in der verteidigen will allusions of the past ja 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 ja